Oh 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 oh. Du bist mit dem Typen. Okay, das war glaube ich das Schlimmste, was ich jemandem lieben je gezeigt habe. Something you paid for. What was I made for. Und da würde ich sagen, willkommen zu dieser wunderbaren Folge. Hey Mo, Leute, hey Mo, wir müssen kurz den Staub weg machen. Es ist ein bisschen Staub auf dem Kanal gelandet, aber Mikrofon war auch noch nicht an. Jetzt ist es da, Leute. Staub ist weg, Leute. Ich würde sagen, er weiß noch nicht, worum es heute geht in diesem wunderbaren Video. Nein. Wir werden heute gegenseitig unsere Handys entsperren und jeweils random Bilder aus der Galerie raussuchen dürfen, die jetzt alle von euch sehen. Also Lea, du hattest nichts vorbereiten, weil ich wusste ja nicht, was wir drehen. Oh my god. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Wir machen immer abwärts. Du darfst mit meinem Handy anfangen. Okay, du darfst jetzt ein Bild raussuchen. Dann machst du einfach so und dann ist Stopp. Sag Stopp. Stopp. Oh, das war total. Nein, das ist unser erstes Bild. Das war extra. Eine Instagram. Oh Mann, wie ärgere ich. Nur eine Instagram DM, die ich für mein Video eh benutzt habe. Das ist ja ärgerlich von Flachwitze.e. Wenn du mir antwortest, lösche ich meine Seite. Was? Der hat 400.000 Abonnenten. Der hat seine Seite gelöscht, wenn ich ihm antworte. Habe ich ihm nicht geantwortet. Dann wäre Flachwitze.e jetzt gelöscht. Naja. Also ich habe halt sehr viele Screenshots auf mein Handy. Deswegen ist es dann ein bisschen langweilig. Ich bin ja mal gespannt. Mach mal deine Aufnahme an dir. Ach du, Stopp. Stopp. Hoffentlich noch zu mir. Oh, war gerade ein Video, ein Video. Das ist nur für ein YouTube-Video gewesen. Ein Video, wie du eine Tür abschließt. Mein Gott, das Video... Warte, du kannst mir jetzt einfach eine Spannung überholfen. Ich kann nicht mehr. Oh, das ist ja süß. Ein süßes Bild von Flash und Mom. Mein Gott, da wird sich Mom freuen, dass das im Video ist. Was ist das denn? Das war auch nicht... Warum hast du das gesquietertet von mir? Du bist so ugly. Okay, let's go. Ich suche mir ein neues Bild aus. Okay, und Stopp. Uuuuh, wie cool. Ein paar Rieser Platz mit so einer coolen Brille. Mein Gott, ist das toll. Okay, du bist dran. Wir brauchen da so ein bisschen was Spiciges hier, würde ich sagen. Und los. Das ist von zwei... Wie alt ist das her? Oh mein Gott. 21. April 2018. Ach du Scheiße. Jungs, meine Galerie ist so alt. Oh mein Gott, weißt du was das für ein Video ist? Das ist von so einem Wassermelonenvideo. Das ist das Originalbild. Soll ich mal das Thumbnail zeigen, was nachher rausgeworden ist? Ah, das ist das echte Originalbild! Und so sah das eigentlich aus. Das war so schlecht, Alter. Oh Mann, der Clickbait-Profi. Oh, what is happening here? Was passiert hier? Oh, 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 oh. Das bin ich doch nicht mal, oder? Was? Das bist du? Zeig mal. Du bist mit dem Typen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, bei der 18. Geburtstagsparty, da war ich ja sogar dabei. Das bin ich doch gar nicht. Das bist du nicht, verdammt. Das ist jemand ganz anderes. Verdammt, verdammt, verdammt. Warum machst du von anderen Leuten Bilder, wenn ich das hier gerade faszinierde? Da schickt man sich doch die Bilder nach, ja. Okay, okay, okay. Stop it. Was ist das denn? Was ist das denn? Na, rutsch dir für eine Scheiße schon wieder. Ja, du hast mal wieder Müll. Ich hab wirklich eigentlich eine richtig schlimme Galerie, aber krass, dass du nur so eine Scheiße findest. Ja, ist doch Müll, ne? Okay, ich such mir bei dir wieder was aus. Yes. Und stopp. Was ist das, Digga? Warum bist du als Osterhase verkleidet? Das war ein Someday, was ich immer gemacht hab. So macht Lea ihre Somnets, Freunde. Guckt's euch genauer an. Wunderbar. Da sind meine einzelnen Pings. Professionell ausgeschnitten. Wunderschön. Wunderbar. Weiter geht's. Nächstes Bild bei mir. Also ich hab schon fast einen geheimlichen Freund gefunden, weil es läuft schon sehr gut hier, ne? Welchen heimlichen Freund? Du hast einfach nur irgendeine mit einem Jungen drauf gesehen. Nein, nein. Das ist für mich der heimliche Freund. Das ist schon mein Tipp. Ich seh natürlich schon vor mir. What is this? Why did you screenshot that? Was ist das denn gewesen? Was ist das denn gewesen? Hä? War heute das gescreenchert? Das ist auf jeden Fall komplett geblurrt, Freunde. Aber hier ist irgendeine Dame gescreenchert. Da haben wir ja schon was. Hä? Ich versteh's wirklich nicht, warum ich die gescreenchert hab. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ja, ja, ja. Wir gehen wieder rein, Leute. Ich würd sagen nächstes. Was ist das denn? Die Hose sind so scheiße. Was ist das denn? Okay, wir haben noch das nächste Bild, Leute. Ne, Video. Wir haben ein Video. Was ist das für ein tolles Video? Oh my god. Oh my god. Schon vor zwei Jahren. Schön zeigen. Oh my god. What a nice boy. Klappe bitte. Warum redest du die ganze Zeit englisch? Ey, guck mal, du musst überlegen. Weißt du, was ich auf Instagram gepostet hab? Welches Bild? Ich hab auf Instagram mich das hier gepostet. So richtig cool. Und so sah ich eigentlich aus. Das sieht der scheiße aus. Ich bin so ein Catfish. Das ist unglaublich. Es ist einfach nur toll. Es ist einfach nur toll. Ey, warum haben wir so scheiß Galerien mit so Kacken? Du siehst aus wie so ein Horst, der seit 15 Jahren auf dem Bauernhof arbeitet. Hast du so ein Hemd an? Das war für so ein Bauernritt. Leute, es tut mir leid für jeden, der hier erwartet hat, dass hier mega die krassen Secrets kommen. Es tut mir leid. Das ist die Realität. Das hier sind die Bilder, die ihr heute sehen werdet. Mehr wird hier nicht an sich kommen. Lea, sowas Spicies raus. Komm, find jetzt was. Something spicy on my phone. Hast du dich auch ein bisschen gefühlt? Oh my god. Da sah ich doch so viel besser aus, ne? Yeah. Glow down. Oh my god, das war aber vor zwei Jahren okay, alles gut. Vor zwei Jahren war ich noch ein bisschen cringe, also alles gut. Wir sind drüber hinweg, wir sind drüber hinweg. Okay, weiter geht's. Lea! Jetzt gucken wir mal, was ich über die was tolles finde. Die McDonalds-Rutsche, Digga. Und war das 2021? Alter, das ist noch ultra jung aus, fand ich krank. Sie ist eigentlich geisteskrank anders als das jetzt, finde ich. Glow down. Da haben wir ja das Glow down. Alter, was ist das denn da, Digga? Ach du Scheiße. Das war kurz bevor ich mein Transformationsvideo gemacht habe, wo ich gesagt habe, jetzt muss ich abnehmen. Da war ich richtig dick im Gesicht. Krass, Alter. Das war gestern, ne? Scheiße. Okay, mal gucken, was ich für dir noch so tolles finden kann, hier. Das sind die Bilder, die du machst in der Band. Oh my god. Wie hast du das geschafft? Dann mach ich da wohl fett. Krass. Dass sie das hinbekommen hat, ist crazy. Ich hab echt ein bisschen Angst unter Skolls, muss ich sagen. Ich werde immer nervöser. Na Junge, das ist nur Scheiße. Wir haben auf unser Handys nur Kacke, wirklich. Es tut mir leid, wir haben nur Scheiße. Okay, dann gucken wir mal bei dir noch mal ein random Bild. Es wird, es wird jetzt, ich finde jetzt was richtig krasses. Achtung, und. Es wird immer mal störender. Was ist das? Warum hast du so eine Glatze? Leute, nein. Es ist nur so leid. Okay, warte geht's. Okay, Nea, suche ein Bild raus. Und wir haben es. Skinny. Das ist pretty ugly. Boah Junge. Nur so Scheißbilder. Es ist unglaublich. Ich würde sagen, wir switchen die Galerie jetzt. Ich hab nämlich noch eine bessere Idee. Okay, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal ganz entspannt in die Snapchat-Galerie. In den geheimen Bereich. Ich hab gar keinen. Hast du keinen Geheimbereich? Ja. Du hast wirklich keinen Geheimbereich? Glaub nicht. Ich hab keinen Geheimbereich. Oh mein Gott. Du willst gerade so tun, dass du keinen Geheimbereich hast. Nein, nicht wirklich. Ich wüsste auch nicht, wie... Ist das der Code? Du hast keinen Geheimbereich. Ich weiß das auch nicht, was der Code dafür ist. Du hast keinen Geheimbereich. Okay. Dann machen wir jetzt hier eine kleine Snapchat. Nochmal das gleiche bei Snapchat. Dann hab ich auch mehr und viel Äther. Okay. Was geht hier vor sich? Warum hast du einen Hundehaltsmann an? Das war mal so ein Witz bei uns. Was ist das für ein Witz, Digga? Gut, ich würde sagen, ich zeig dir mein Snapchat. Aber Snapchat bei mir ist, glaube ich, tatsächlich nichts krasses. Ich bin nicht mal eingemeldet. Viel Spaß über das Snapchat. Do you have a private? Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ich hab doch keinen private Bereich. Ich weiß den Code auch nicht mehr, doch. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Da warst du wirklich jungen Augen? Ich war damals 10, Digga. Und hab mir diesen scheiß Fixback-Bild darunter. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das ist, glaube ich, das unangenehmste Bild, das in meinem Leben. Mit diesem Scheiß-Bild... Mit diesem Scheiß-Bild. Er liegt jetzt im Kinderbettchen. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich wollte damals so cool sein zu tun, als ob ich rauche. Da hab ich so ne Nebelmaschine gehabt. Und hab dann diese Nebelmaschine in so ne Flasche reingemacht. Da hab ich so... Ich rauche grad, Freund. Ich bin richtig cool. Er hat in meinem Leben noch nie ne Zigarette geraucht. Okay, das war, glaube ich, das Schlimmste, was ich in meinem Leben je gezeigt hab. Jetzt will ich mal wissen, was du jetzt... Ihr würdest jetzt was krasses bei dir findest. Tut mir leid. Du musst jetzt exposed werden. Warum bist du so langweilig, Lea? Was ist hier los? Guck mal, was das erste Bild ist, was du jemals gemacht hast. Mit Mom. Mit Mom! Was soll denn das alles? Lea ist die perfekte Schwiegertochter, Freunde. Wenn ihr meine Schwiegertochter braucht, sucht sie euch. Schwiegertochter gesucht? Ja, aber bitte nicht. Das darf nicht noch schlimmer werden als jetzt. Das darf nicht noch so schlimm werden wie gerade. Das war wirklich... Das war schrecklich. 2017. Ach du Scheiße. Oh Gott. Oh Gott. So was raus ist los. Mega nice, Leute. Endlich hab ich das Brot von der Reparatur wieder, ey. Oh mein Gott. Oh, das ist der Flex. Ja, und... Ich würde mich daran freuen. Ein erstes bei mir und dann ist Schluss. Ich kann nicht mehr wirklich. Ich kann es nicht mehr. Cringe. Ja, ja. Genau das ist es, Freunde. Das ist super cringe. Oh, ich will jetzt nicht stoppen. Das war's in dem Video, Freunde. Ich würde sagen, haut rein. Wir sehen uns. Ich dachte, für dich wird das heute peinlich. Aber nein, für mich war's einfach schrecklich. Haut rein. Und tschau.